Die Leere, die nicht rein das Herz wie Sonnenschein erfüllt, erfreut, erhebt, kann nicht vom Himmel sein. Friedrich Rückert Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über httpdnb.dnb.de.abrufbar ISBN 978-300-046298-6 Gestaltung, Layout Mario Kelek, Gorki Shavadas Umschlaggestaltung unter Verwendung einer Fotografie von Nitesh Gupta Lektor Helmut Krumkel Druck GGP Media GmbH Posnek Herzlichen Dank an Kamala und Jivanuga Matis für die erste wichtige Durchsicht und Dr. Annette Kreuzinger-Herr für die Weitsicht www.http-creativecommons.org-licenses-by-nc-sa-4.0 Kontakt info at olaf-thaler.de Erste Auflage 2016